Guten Tag, dies ist eigentlich nur eine kleine Festaufnahme in Bezug auf mein neues Mikrofon und ich bin auch ein optisches Experiment machen, aber natürlich etwas Schleifwärmung ist ja immer wieder ein das neueste Buch, oder wie vielleicht, sehr interessant, die ja zu verfolgen diese paar Folgen seien es wirklich interessiert, ein wenig philosophisch ist es und vor allem auch amüsant ja, ähnlich, und ja, ich glaube, das könnte es eigentlich schon reichen, um etwas innerviertes und frohes teilzunehmen Vielen Dank für eure Achseltabteil, alles vorher in allen Erwerbungen. Vielen Dank!